Wir haben hier also den Sammelband zum fast gesamten Werk von Jacques Galot und es war in früherer Zeit auch so, dass man immer wieder Sammelbände kreiert hat, die konnten thematisch gruppiert sein, die konnten aber eben hier auch einem Künstler gewidmet sein, aber natürlich hat man Sammelbände einem einzigen Künstler nur gewidmet, wenn er tatsächlich auch berühmt war und wichtig war. Das heißt, dass eigentlich über diese Form des Sammelbandes bereits eine gewisse Form von Kanonisierung vorgenommen worden ist, weil dann natürlich auch die Leute sehr viel mehr den Überblick über dieses einzigartige Werk dieses Künstlers gehabt hat. Hier handelt es sich um ein besonders exklusives Stück, das wir in unserer Sammlung haben. Es handelt sich nämlich um einen sogenannten Sammelband, in dem die meisten Radierungen von Jacques Galot darin enthalten sind. Die verschiedenen Sammler und Sammlerinnen, vor allem von Druckgrafik, die ja per se in einer Auflage üblicherweise erscheinen, oftmals so funktionierte, dass man sich einem sogenannten Sammelband zutat und dann im Laufe der Zeit die verschiedenen einzelnen Werke des Künstlers, für den man sich interessiert, eingeklebt hat. Das sieht man auch hier, dass der Sammler offensichtlich vollflächig, also überall, diese einzelnen Blätter eingeklebt hat und so seinen Band langsam gefüllt hat. Er hat sich sein eigenes kleines Museum gemacht, könnte man sagen. Als ihr auf uns zugekommen seid und euch dafür interessiert habt, wie die Verteilung ist zwischen männlichen und weiblichen Kunstschaffenden, haben wir eine Excel-Liste gemacht. Es war sehr, sehr spannend, diesen Einblick in unsere 11.000 Kunstschaffenden zu erlangen. Ich habe mich da zum ersten Mal wirklich einen Überblick schaffen können, wie das Verhältnis so ungefähr ist. Und man muss aber auch sagen, dass es sehr schwierig ist, zum Teil diese Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Kunstschaffenden feststellen zu können. Beispielsweise wurden früher oft die Vornamen nur mit Initialen aufgenommen oder wir haben Vornamen, die je nach Region männlich oder weiblich konnotiert sind und dann natürlich ein anderes Geschlecht implizieren. Bei denen, wenn wir das nicht sicher wissen, habe ich ein Fragezeichen dahinter gesetzt, dass diese Unscharfen auch eine gewisse Zahl und Sichtbarkeit erlangen. Nun ja, jetzt hat Rülex natürlich sich ein bestimmtes Ausstellungsthema gewählt und zwar hat das nicht zuletzt auch mit Frauen zu tun und Frauen bei bezahlter Arbeit oder Künstlerinnen, die ein Selbstporträt von ihnen selbst gemacht haben. Und das lässt sich dann auf dem Computer natürlich über Stichwortabfrage nachrecherchieren. Aber bei den früheren Werken, die noch nicht im Computer vermerkt sind, muss man auf andere Instrumente zurückgreifen. Einerseits ist wichtig die Kenntnisse der Sammlung, die man sich über die Jahre aneignet. Dann sind aber auch Karteikarten, die man eine Zeit lang geführt hat, ganz analog, sind auch dabei eine gute Hilfe, die nämlich nach bestimmten Themen gruppiert sind. Wie beispielsweise hier gibt es ein Kapitel, das heißt Berufe und Stände. Oder dann gibt es eine Rubrik, die heißt beispielsweise Haushalt. Da gibt es dann zum Beispiel die nähende Frau, die von F. Brücker geschaffen worden ist und die am Standort 591 dann zu finden wäre. Also das ist ein weiteres Rechercheinstrument, neben natürlich der Stichwort Suche über die Sammlung, die wir auch digitalisiert schon haben. Gut, also wir haben es jetzt hier zu tun mit der Inventarnummer D494. Dies ist ein Kupferstich von Lukas van Leiden. Man sieht, wie der Titel schon sagt, eine Milchmarkt in diesem Teil des Bildes. Und eigentlich im Zentrum des Bildes hat man zwei Kühe, die sozusagen fast das Hauptmotiv sind. Auf der anderen Seite der Milchmarkt gegenübergestellt hat man ein Knecht oder ein Bauer. Früher wurde dieses Bild vor allem als harmlosen Blick auf die bäuerliche Idylle wahrgenommen, als eine sehr frühe Version der Genredarstellung. Inzwischen hat man eine sehr starke erotische Unternote festgestellt. Man sieht unter seiner Hutkrempe beobachtet der Knecht die unschuldige Milchmarkt, die eben doch nicht so unschuldig ist, weil sie ein sehr großes Dekolleté trägt und sich kokett vom Knecht abwendet. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Kuh schwanger ist und einen sehr prallen Euter hat, was sozusagen als Warnung, als Konsequenz für ihre beide Beziehungen gesehen werden kann. Und gewisse Forscher gehen sogar so weit, dass sie den Ast hier als fallisches Symbol sehen. Hier auf dieser Seite haben wir ein Werk von Abraham Boss von 1633. Das stammt aus einer Serie, in der er das Leben einer jungen Frau beschreibt. Und das ist ein sehr untypisches Syche eigentlich zu dieser Zeit. Und dieses Blatt ist fast noch untypischer, weil hier in der Bildmitte zeigt er eine Amme, also eine Dienerin eigentlich. Und es hat verschiedene Gründe, warum sie bildwürdig ist. Der Beruf der Amme geht sehr, sehr weit zurück, obwohl früher eigentlich Ammen vor allem da waren für Frauen, die nicht stillen konnten. Und dann im 17. Jahrhundert Ammen eigentlich von allen Damen der Oberschicht gebraucht wurde. Ein Großteil der Kinder ging aufs Land, um gestillt zu werden. Und nur sehr wenige Damen konnten es sich leisten, eine Amme zu haben, die zu ihnen nach Hause kommt. Das heißt, dass hier die Amme in diesem häuslichen Kontext ist, zeigt auch, dass die Herrin eine sehr wohlhabende Dame ist. Dass die Amme hier einen sehr hochgestellten Platz innerhalb des Haushalts hat, hat verschiedene Gründe. Und zwar ging man davon aus, dass über die Muttermilch Charaktereigenschaften auf das Kind übertragen werden konnten. Ammen mussten einerseits gesund sein, sie mussten eine sehr ruhige, angenehme Persönlichkeit haben, damit das Kind nicht falsche Charaktereigenschaften hat. Hier in der Mitte haben wir ein Blatt, das ist von Cornelis Düsard. Und wir sehen hier auf dieser Seite eine Baderin, die Schröpfgläser auf diese Dame aufsetzt. Hinter ihr steht ihr Assistent. Man sieht an ihrem Gesichtsausdruck, dass die Behandlung ganz offensichtlich nicht sehr angenehm ist. Ein weiterer wichtiger Hinweis, warum das Ganze nicht eine respektvolle Darstellung ist, neben den Fratzen, die sie alle ziehen, ist auch die Kopfbedeckung. Also sie trägt einen umgesetzten Trichter auf dem Kopf, während er einen Korb auf dem Kopf trägt. Also so ein Flechtkorb hier ist dann der Deckel, der auf der Seite runtergeht. Wir haben hier zwei Selbstporträts von Angelika Kaufmann, die nach ihr gestochen wurden. Also hier von Angelo Testa und hier von Thomas Burke. Angelika Kaufmann war eine von zwei Gründungsmitgliederinnen der Royal Academy. Und man sieht sie jetzt auch hier an der Wand als Porträt. Und die andere Person, die weibliche, die ebenfalls seit der Gründung dabei war, ist Mary Moser. Interessanterweise zwei Frauen aus der Schweiz. Was aber augenfällig ist, ist, dass dieser Stich, der auf einem Gemälde von Zofane basiert, dass also dieser Stich alle Gründungsmitglieder in Natura zeigt, ausgenommen die beiden Frauen. Und der Grund, der mag nicht ganz offensichtlich sein auf den ersten Blick, aber der liegt in dieser nackten Person. Es war nämlich so, dass die beiden Frauen zwar tatsächlich Gründungsmitglieder sein konnten, aber dass ihnen der Zugang zu Aktmalerei verwehrt worden war, weil man damals der Ansicht gewesen ist, das könne man Frauen nicht zumuten, das sei zu viel. Zofane hat sich in seinem Gemälde auch selbst verwirklicht. Er sitzt hier und hält auch die Palette mit der Malfarbe in der Hand, blickt quasi aus dem Bildraum zu uns Betrachtern hinaus. Es ist so, dass diese Frauen nun halt so hier als Porträt hängen und augenfällig ist auch, dass ihr Blick keineswegs nach unten gerichtet ist. Also sie sind malerisch, beziehungsweise hier im Stich so umgesetzt, dass sie nichts von dieser nackten Person unten erkennen können. Gleichzeitig nehmen sie auch die gleiche Struktur auf wie die Büsten, die hier auf den Regalen stehen, sodass sie wie zu einem weiteren Kopf in dieser Reihe werden. Und hier hat es ein ganz besonderes Detail, und zwar liegt am Boden eine Büste von einer weiblichen Person, vielleicht war das eine Venus, und dieser Maler hier, Richard Cosway, stützt sich mit seinem Gehstock auf dieser Büste ab. Natürlich ist das eine sehr selbstherrliche Geste, aber es hat auch noch eine Hintergrundgeschichte, und zwar war Richard Cosway verheiratet mit Maria Cosway, einer Malerin. Man war sich nicht sicher, einerseits galt sie als sehr dominant, und man kann das natürlich sehen, wie er seine Dominanz zurückerholt. Andererseits weiss man, dass er sie mehrmals betrogen hat und auch ihr am Anfang der Ehe sogar verboten hat zu malen, bevor er ihr Talent dann später erkannte und sie unterstützte. Gerade auch Angelika Kaufmann wurde ja vor allem mit ihren vielen Porträts sehr bekannt. Sie hat sehr viele namhafte Personen, nicht nur in England, aber auch in Italien und weiteren Ländern porträtiert. Sie war unglaublich gut vernetzt und hat sich konstant nicht nur mit Kunstschaffenden, aber auch mit Dichtern etc. ausgetauscht. Sie war zum Beispiel auch mit Goethe sehr gut befreundet. Und bei Mary Moser war das begünstigend, dass ihr Vater ebenfalls ein Miniaturmaler gewesen ist und demzufolge diesen künstlerischen Hintergrund hatte. Er war auch verbandelt mit der Royal Academy, war einer der ersten sogenannten Keeper of the Royal Academy und sie hat sich interessanterweise als eine der wenigen schon damals mit Stillleben vorzugsweise auseinandergesetzt, was eher noch die Ausnahme war in der damaligen Zeit. William Hogarth war in England bestimmt einer der wichtigsten Künstler im 18. Jahrhundert. Er war insbesondere sehr beliebt und sehr gefragt in Bezug auf sein druckgrafisches Werk. Er vereint nämlich verschiedene Rollen in einer Person. Er war der Bildgeber, er war der Stecher und er war gleichzeitig auch der Verleger. Also er hat den ganzen Vertrieb gehabt. Und wenn nun also Kopien seiner Blätter gefertigt wurden, die dann meistens in minderer Qualität waren und relativ zügig auf den Markt kamen, dann waren die üblicherweise auch billiger, was zur Folge hatte, dass seine Werke sich dann ein bisschen weniger gut verkaufen ließen. Und schließlich hat sich dann William Hogarth dazu entschieden, beim englischen Staat sich dafür einzusetzen, dass es ein Urheberrecht gibt. Das hat er tatsächlich durchsetzen können. Man spricht noch heute von der Hogarth Act, nämlich das ist das erste Mal überhaupt, dass ein Künstler die Bildrechte für sich in Anspruch genommen hat. Das wir hier jetzt vorliegen haben, heisst auf Englisch The Strolling Actresses in a Barn, also die Schauspielerinnen in einer Scheune. Und diese Schauspielerinnen, die sind jetzt daran, sich für eine Aufführung vorzubereiten. Das heisst, sie sind zum Teil bekleidet, aber sie haben sich noch nicht fertig bekleidet. Sie haben zum Teil eine Pose eingenommen, wie beispielsweise diese Figur hier in der Mitte, bei der es sich um Diana handelt, die schon posiert, in einem sogenannten Kontrapost, die eine Hand ganz locker erhoben. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass sie noch nicht fertig bekleidet ist, zum Beispiel der Rock, der ist noch am Boden und liegt zu ihren Füßen, was zur Folge hat, dass ihre bestrumpften Beine relativ freizügig zur Darstellung kommen, genauso wie ihr Busen oben noch nicht bedeckt ist. Es gibt weitere Figuren, wie zum Beispiel Juno, ganz auf der rechten Seite, die, wie es scheint, am Rezitieren ist. Sie ist am Üben, was sie aufführen soll und was für Texte sie sagen soll, auch in einer relativ gespreizten Haltung. Davor sieht man eine Frau, die die Nacht darstellt, was übrigens auch bei der Kleidung ganz deutlich wird, indem sie Sterne auf ihrem Schleier hat. Aber auch sie ist damit beschäftigt, noch einen Strumpf zu nähern. Also es ist das Lebensweltliche, was hier gleichzeitig zum Ausdruck kommt. Es gibt weitere Elemente, nämlich auch solche mit Tieren. Hier hat es eine Dienerin, die eine Katze hält, und eine zweite Frau, die der Katze in den Schwanz schneidet. Und man sieht bereits das Blut in eine Schüssel, die leicht kaputt ist. Und es gibt eine alte Sage, die besagt, dass wenn man einen großen Fall hinter sich hat, dass es dann Glück bringen würde, wenn man das Blut aus einem Schwanz eines Katers trinkt. Zum Beispiel auch ein weiteres Element, das auf eine sehr prekäre Situation dieser Wanderkomediantinnen hinweist. Es ist nämlich der sogenannte Theater Act. Die Quintessenz dieses Acts, dieses Neuen, die tatsächlich auch eingeführt worden ist, hat dann zur Folge gehabt, dass in London nur noch zwei offizielle Theater an der Drury Lane und im Covent Garden Aufführungen machen durften. Alle anderen wurden verboten. Und gleichzeitig hat man auch festgelegt, welche Stücke zur Aufführung kommen sollen, nämlich vor allem Shakespeare oder sonst eher romantisch-sentimentale Stücke. Das klingt sehr restriktiv. Andererseits muss man aber auch dazu sagen, dass in England in der damaligen Zeit, im frühen 18. Jahrhundert, die Regierung sehr offen war. Es gab zum Beispiel kaum Zensur, schon gar nicht in Bezug auf die Presse, weswegen auch sehr viele sehr sarkastische oder mittlerweile auch sehr ironische Abbildungen mit publiziert werden konnten. London war auch eine Stadt, die sehr viele Leute angezogen hat zu jener Zeit. Sie war eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Handelsstadt in Europa mit zahlreichen Kontakten auch ins Ausland, mit Handel, mit Indien, man denke an Indien, aber auch anderen Ländern. Und das hat eigentlich diesen Freigeist auch befördert. Aber hier gibt es so wie eine konträre Tendenz in Bezug auf das Theaterwesen mit diesem Act, der hier thematisiert wird in diesem Bild. Im Kanon wird festgeschrieben, welche Kunstschaffende oder Kunstströmungen besonders wichtig oder besonders wertvoll sind, beziehungsweise als wichtig und wertvoll angesehen werden, oder auch solche, die für etwas besonders repräsentativ sind. Doch der Kanon ist auch ein kompliziertes Konstrukt, denn die Frage, die mich hier immer interessiert, ist, wer bestimmt ihn überhaupt? Sind es die Kunstakademien? Ist es die Kunstkritik? Oder auch die Museen und andere Institutionen? Oder sind es sogar die Sammler und Sammlerinnen und Kunstschaffenden selbst, die bestimmen, was den Kanon ausmacht? Interessant ist auch, dass es immer parallel verschiedene Formen des Kanons gibt. Es gibt diesen Kanon, wie man ihn von den großen Namen her kennt und über Jahrhunderte tradiert wird. Es gibt aber auch sogenannte Artists for Art Historians, also Kunstschaffende, die besonders die Kunsthistoriker und Historikerinnen interessieren. Oder es gibt auch die Artists for Artists, Kunstschaffende, die andere Kunstschaffende interessieren. Und dabei können die Listen unterschiedlich ausfallen, aber parallel bestehen. Des Weiteren ist der Kanon auch keine stabile Größe. Das heißt also, dass jemand zu einer Zeit sehr wichtig sein kann, später nicht mehr oder auch umgekehrt. Wenn man sich die Frage stellt, ob es überhaupt einen Kanon braucht, so würde ich sagen, man kann ihm einfach nicht entrinnen. Denn der Kanon ist, wie ich meine, eine Form des Denkens, die dem Menschen eigen ist. Es hat sehr viel mit Vergleichen zu tun. Der Mensch will etwas vergleichen, das ihm ähnlich erscheint. Man kann aber offenbar nicht alles gleichwertig speichern, sondern man wird unwillkürlich abwägen, aussuchen oder auch hervorheben. Und wenn sich dies dann zu einer relativ stabilen Ordnung verbindet, entsteht also ein Kanon mit all seinen Vor- und Nachteilen. Der Vorteil ist, man hat eine Orientierung und Richtschnur. Der Nachteil offensichtlich, es schließt vieles aus, es fällt viel durch die Maschen und es ist immer auch verbunden, das kann ein Vor- und ein Nachteil sein mit einem monetären Aspekt. Denn was wichtig ist, ist teuer. Interessant finde ich es auch immer wieder gegen den Kanon zu bürsten, aber um gegen den Kanon bürsten zu können, braucht es einen Kanon. Die Frage, inwiefern widersprechen sich Kanon und Vielfalt, ist ziemlich schwierig zu beantworten. Vor allem das Wort widersprechen, macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Kanon, der lässt sich ganz klar auch bei uns entdecken, in der Grafischen Sammlung, der ist nämlich westeuropäisch geprägt, ganz stark historisch, dass man Werke hat aus Europa. Neuerdings sind auch Werke aus den USA hinzugekommen, aber trotzdem gibt es diese ganz klare Fokussierung und also auch diese Setzung, die ja immer auch mit einem Kanon verbunden ist. Und eine totale Vielfalt ist meines Erachtens fast nicht möglich, fast nicht zu erreichen, weil man immer aussuchen muss, weil man immer fokussieren und einen bestimmten Gesichtspunkt einnehmen muss. Vielen Dank. Vielen Dank.